Ja! Jawohl, Servus und hab dir wieder einmal aus dem Kramfeli, so, heute sind wir wieder am Holz schneiden, stellen wir wieder ein paar Sachen raus mit der Bannsäche, mit der Bannsäche, mit der Blogosol-Blockbahn-Säche, oh der raucht aber, Johnny raucht aber, du Sackgerid, ja es ist kalt, es ist kalt Weihnachten, jawohl, dann würde ich sagen, da reden wir nicht lange um einander, fangen wir an, oder? Auf geht's! Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.